Moin Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Jero 2 Hi Mit Grotti Hi Wir leben noch, wir haben letzte Folge gute Schwerter gekriegt Richtig gute Mit sehr viel Glück, ja Mit sehr viel Glück und ich würde sagen wir reden nicht lange drum herum und join in 3, 2, 1, los Ok Hi Hi Welche Höhe sind wir? 39 Wir wollten zurück auf Höhe 11 gehen Ups, da hab ich ganz kurz Bettler mit Minecraft Ups Ist ja egal, darf ich ja Du darfst auch danzen Ah, hast du noch gefunden? LOL NICE Haha Weißt du was nice wäre, wenn wir jetzt von hier oben einen Gearspotten würden? Ist das schon mal Gold? Ja, das Gehst du das wollen? Ja, okay Das beim Pfeil von dem Skelett kriegen und sterben Oh, bitte nicht, tu mir das nicht an, ich hab 8 B- Ich weiß das noch, ich hab das gesehen bei Combat Ja, ja Da sind wir in die Schlucht gegangen, der Pfeil kommt von dem Skelett Und schießt dich ab Ach ja, aber Glückwunschwein war da unten alles mit Obsidian und Wasser Ja, das war halt so Ich kroppe ins Wasser runter Ich kroppe ins Wasser runter Hier ist ne Hexe Hier ist ne Hexe Da ist ein Weg Ein Weg oder? Ja, hier ist so ein kleiner Miningang rein Die Hexe hat nen Speedtank Intus Ähm, ja pass auf, pass auf, dass die jetzt nicht ähm Die Hexe hat ja Fight am besten nicht mit Ja, das ist das Problem Ich hab kein Secondary Schwert gerade Ähm, warte, ich hab Ich hab auch Flushfire und nen anderes Dann lass uns mal Kurt Äh, die hat Feierreese getrunken Pass auf! Junge Ach, ist nur Slowness Ja, trotzdem Pass auf Lass die hier drin einfach chillen Wir ignorieren die einfach Jetzt können wir halt endlich auch wieder unsere Level fahren, wo Gott hier letzte Folge ein Problem mit hatte Ich würd sagen, wir gehen, versuchen sogar am Ende der Folge Richtung Spawn zu gehen Wegen Neta Ähm, wirst du vielleicht den Enchanter aufstellen und kurz schauen Wir sind mit den äh Bücherregalen Ja, warte, was brauchst du denn? Ähm, wir wollten doch schauen wegen äh Lack Ja, warte mal, die Hexe schwimmt hier vor mir halt rum Jo, äh Pass auf die auf, Junge Ich mach hier mal ein Loch, wo ich mein Müllrenn werfe, weil mein Inventar... Ja, und das ist auch... du hast den Enchanter im Inventar, ne? Oh, ja, nice, aber du hast die Bücher Ich hab die Bücher, ja Ich hab die Webcrunch jetzt stehen lassen, ach geil Poison Dann bau du nämlich mit Ja, wir wollten ja im Neta noch was Kleines vorbereiten, ich hab trotzdem Poison abbekommen, ne? Hm, pass auf Wie lange? Zwei Herzen weg Waren sieben Sekunden Okay, das ist schon mal gut Das ist nicht schlecht Du weißt, wo ich bin ungefähr? Nein, weiß ich halt nicht Okay Komm zurück Wir brauchen auch unbedingt mehr Kohle Haben wir letzte Folge gemacht Ich hab 17 Stück noch Ja, das war ja nicht genug für Für 8 Ölfen zu betreiben Ja Ich hab nochmal 10 Level Ich hab grad 7 Ja, der Pickel kann ich halt nicht mehr Enchanter auf Fortune Ja, gut, aber ein Eisen reicht halt Soviel dieses werden wir nicht finden Wär schön, wenn doch Wär schön, wenn doch Wär schön, wenn doch, aber Dann brauchen wir auch Lacken Ich bau hier Cola Ich bau hier Cola Dann nimmst du Was hast du? Ich hab Chicken und Rind Dann nimmst du noch Jetzt hab ich halt weniger als davor Äh, egal Kannst du kurz die Bücher Okay Ich hab kein Ich hab äh Efficiency 2 Nice, ich hab das erstmal in der Werkbank gemacht Äh, hast du noch Eisenbahn? Jaja Kannst du was geben? Wir haben nur 6 Level Das bringt uns nicht zu enchanten Mit 6 Im Enchanter oder was? Ja, das bringt nichts Du, ich hab ja was anderes als du Ah, ich krieg auch das FV2 Ja, aber auch 6 Warte mal Ich krieg, ich krieg halt nen neuen Level Enchantment Ich, jo lol, wieso krieg ich nur nen 6er Level Das ist ne gute Frage Lass mal ein paar ähm Ich krieg durchgeh nur nen 6er Level Egal was ich mach Egal was ich enchant Dias Pfff, komm her, komm her, komm her Warte Alter wie nice Ich bau hier einen Redstone ab Wie du letzte Folge gesagt hast Aha, ich hol die Bücher Ähm Ne, warte, lass noch ganz kurz stehen Lass mich noch kurz schauen Oh, unsere Workbench brennt NEIN Pass auf Nicht unsere Workbench Es sind 5 Stück Warte Lass ganz bestehen Ich hab übern Stack Eisen Ich hab übern Stack Eisen Ganz kurz Ähm, kannst du den Enchanter nochmal fließen? Jaja Hintradio Ja, danke Hast du noch Kohle? Ähm, 29 Stück Dann teile die mal bitte mit hier auf Ok, ne, ich krieg ja wirklich keinen Lock Schade, schade Schade Ja, Fortune Ja, Fortune, mein Gott Ja, aber das kriegt man auch glaub ich erst mit 4 oder 5 Bücherregalen Weißt du, was ich jetzt mach? Ich mach mir nen Eisenschwert, mach schnell Weißt du, was das heißt? Äh, ja gut, ich geh... Ähm, kannst du mir vielleicht essen? Ne, warte, ich nehm meinen Freisen aus dem... Äh... Äh... Ja, der Ofen Ich hab mir jetzt ein Steinschwert gemacht, um Monster zu killen Ich krieg kein Enchantments drauf Hahahaha Soll ich mal kurz gucken? Ja, warte, ich enchant Ich enchant einfach meine Axt Ach geil, jetzt hab ich nen Elf-Level-Enchantment Really? Elf-Level? Ja, klar Ähm, wo steht der Elf? Da hast du ihn aufgepasst Danke Da steht der Elf Oh, was krieg ich eigentlich aufm Bogen? Unbreaking Ah, das ist... Auf meinem, äh... Gut, ich hab ein Schadenesschwert mit Knockback drauf Soll ich das zum... Äh, Monster Cluster verwenden? Nimm das zum Mob kill, nimm das zum Mob kill Ok, ok, dann geh ich nochmal Kannst du mir auch ein bisschen Eis drin lassen Ich war, ich war bei jedem Einzelnen zu spät dran Da hab ich schon gehört, wie du die Level gekriegt hast Aber ich kann noch mal nen Gap machen Ich hab noch nen Apfel und genug Gold Ich hab 6 Gold grad im Inventau Ähm, du hast noch ein Dia, oder? Nein Ne, ne, stimmt Der Dia wäre übrig geblieben, wenn wir, ähm, der Jazz gemacht hätten Junge, ich krieg schon wieder kein, äh, Fire Ähm, äh, Fire, ja Ich könnte dir Schuhe machen Wir könnten dir Schuhe machen oder mir nen Helm Wollen wir die sammeln? Naja, dann lasst ihr lieber den Helm werfen Ne, warte, wir sind Schuhe Ich würd ich sagen, dass wir uns beide erstmal Dass wir beide erstmal schauen, dass wir beide Helm und Schuhe haben Dann mach ich, hab ich mir jetzt nen Helm gemacht Soll ich ne Iron Pick auf, äh, Elf Level verzaubern? Schade, glaub ich nicht Da würd ich Effi 2 drauf kriegen, deswegen Ich krieg schon wieder keinen, ich krieg schon wieder keinen, ähm Ach ja, warte mal, ich hab 5 Level, da war ja was Wenn das Eisen durch ist, ne? Dann würd ich gerne weiter minen gehen mit dir Oh, fire aspect! Mach dir 5-2, mach so fett 5-2 Mach so fett 5-2 Warte, ich brauch dafür noch 4 Level Da oben an der Decke war Lapis, bei mir ist Kohle und Ich glaub, Eisen brauchen wir erstmal nicht mehr holen, oder? Wir haben übern Stack jetzt Können wir später holen, halt Ich bau den Encharted jetzt nicht ab, Emilio Ja, dann wenn ihr die, 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 die die Enchartings resettet Bin ich mir jetzt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber mach lieber mal nicht Doch doch doch, ist so, ist so, ist so Mach lieber, also mach trotzdem nichts Mach ich nicht, ja Feier 2 ist schon, Feier 2 ist schon lecker Hatte ich ja in Combat, hatte ich Schaden 5, Feier 2, bin trotzdem, ne, da verreckt Ja, Feier 2, nicht gegen, äh Lava Und Fall Damage Also wir bräuchten auf jeden Fall noch ein bisschen Zuckerrohr, oder? Haben wir, also wir haben ja bloß die Bücher für die 3 Bücherregalle, oder? Ich hab noch 2 Zuckerrohr über Ja gut, das bringt uns aber nichts Wir haben 9 Bücher zum Verzaubern, das wird uns das nur was für die Rüstungen bringen, später Guck mal, was für deine, äh, Schuhe verzaubert kriegst Äh, Jush, ja mein Jushua hab ich auf, äh, Deathstrawler 1 Ja Ist echt krass Ich guck mal kurz, was ich Also da brauch ich ein Wippe noch, äh Ich würd Blastkrot kriegen auf meiner Mach nicht, ja Ne, das wäre ne neue Iron Chest, deswegen Scheiße, ich mach jetzt ein Level 1er in Charm I'm Raking Blast und normales Krot, deswegen wo I'm Raking Geht's noch weiter? Vielleicht noch ein bisschen hingehen Sie haben jetzt schon nur noch 6 Minuten, Alter Mhm Ich würd langsam aber sicher gerne anfangen, die Rüstung auf Port 2 zu machen bei mir Jo Dass wir langsam die, äh, Bücherregale vernichten, sozusagen Gut, wir haben jetzt, wir haben jetzt gut Fire Prost Dann bin ich wieder, unsere Bücherregal brennen Alter Mir fehlen Level, mir fehlen so fette Level Mir jucke, unser Bücherregal wäre fast verbrannt Die Wolfmensch war auch am Brennen Ah, nur Fire drauf gefickt Dann mach ich jetzt Ich brauch halt nochmal ein, ich brauch halt nochmal ein Eisenschwert, um das auf Sharpness zu entschalten Ich hab Sharp, äh, Sharp 1, ne Sharp 2, Fire 1 hab ich jetzt Ja, ich hab noch gar keinen, Sharp 2 Nee, ich, ich, äh Warte, soll ich ein Bücherregal abbauen? So, ja mach mal Oh, Justin, äh, also der ist nur, oh na, der macht natürlich nicht mit Äh, hier, äh, warte, wir können's auch anders ausdrecken, hier Mach der mit? Weißt du? Ja, ich glaub, er wäre das erste Folge gestorben Kriegen wir noch keinen, krieg immer noch keinen Äh, keinen Nee, immer noch nicht Was ist das denn für ein Unluck? Nee Alter Dann baue ich den Enchanter ab und den Anvil Aber warte, warte, ich will kurz auf den Buch gucken Quetterfalling, Quetterfalling, Prod Ich krieg ein Prodbuch Ich hab's mir schaut, das ist ein Schwert Ich baue den Enchanter ab Ich hab den Anvil Ich kann dich aufsammeln Dann lass uns weitergehen am besten Wo bist du jetzt hingegangen? Ja gut, da oben hab ich noch eine andere Cave gefunden Also da geh ich dann, also da können wir noch hingehen So Dann komm hoch Ja, ich muss kurz mein Impf sortieren Wenn er wüsste, was wir für ein Equip haben da ohne, der würde sich auch denken Ach fuck, volles Impf, ich schmeiß mir den Stick raus Ja, das ist schlimm, das mit dem Impf So ein Sharp 1, Nock 1 für Mops, ich hab ein normales Sharp 1 Stein gesperrt Wo bist du genau lang? Ähm, hoch Warte, ich komm gleich zurück Hier ist noch kurz Gold Da bist du Da bist du, hier ist Ich glaub ich hab's ja, ich seh dich gesehen Ja perfekt Schatz, zum Spawn würden wir es jetzt eh nicht mehr schaffen Bro, ich hab zum ersten Mal ein Monster geklatscht Irgendwie glaub ich den Achieve uns langsam nicht, ja Nee, aber du hast das erste Mal ein Schwert vorhin gecraftet Die hab ich ja sonst gecraftet Achso Das Holz hast du ja von mir auf gesammelt gekriegt In der ersten Folge Hier geht es noch so krass weiter Warte auf mich, ich versuch das noch helfen mitzunehmen Bist du jetzt hoch oder runter gegangen? Komm zurück Ja, hier bist du Ganz kurz ein Anvil stellen, damit ich schauen kann, wie viel es kostet Ähm, erstmal Schaub 1, Schaub 1 Mach ich mir jetzt kurz Schaub 2 Ich hab 2 Prot 1 Bücher Oh, Fire 2 kostet 8 Level Ich hab 2 Prot 2 Bücher, hier mach den Prot 2 Teil Lass dir Elmisch, mach den Prot 2 Teil Okay Aber einen Dia Teil bitte auf Prot 2, danke Ähm Für die Schuhe lohnt Ich hab keinen Prot auf den Schuhen Ja, dann mach Prot auf die Schuhe Dann mach Prot auf die Schuhe mit dem Hut Ein Level Bücher sind so billig Ich hab den Anvil mitgenommen Oh Gold, ich dachte, ich hab kein Diaz Ich guck hinterm Redstone Ich guck hinterm Redstone Ich guck hinterm Redstone Lass nochmal Gold unten Jo Ich nehm das Gold hier Aber ich kasse das immer auf 3 Ja, ein Inventar Stort hab ich noch Ein Inventar Stort hab ich noch Death Strider ist so lecker Ach Klappe da Ich hätte es gerne Gold, schon wieder Gold Ich wollt mich schon wieder freuen Das sah schon wieder so blau aus Oh nein Nice Wo gehen wir denn jetzt lang? Wollen wir in Stripmine gehen? Ähm Ich glaub ich hier in der Cave ist noch ein bisschen was Dass wir noch schauen Galter Eisen halt Du kannst ja schon mal einen Stripmine Gang machen Wir gehen nicht gleich wieder drauf Okay Willst du morgen aussetzen? Ja ich hab Ich hab morgen bis 5 Schule Ja gut Danach hab ich auch nicht mehr so viel Lust Okay die Cave ist noch so fett Wir fangen an zu Stripm an Ich frag mich was da ohne Weil ich grad denk was wir hier machen Okay wenn wir Wenn ich gleich 8 Dias finde Sollte ich mir dann Okay Äh mein Master läuft nicht richtig Ja das hab ich mal kurz geleckt Ich nehm mal Redstone und Larp ist einfach nur für die Level mit Ja Jo Chat So Ich wollt grad fragen sind das nicht die 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 irgendwie diese Milliarden von Kills haben Ne sind die nicht Sind die nicht Ist das schon richtig so schade Dias Nein oder? Doch Geil Wie viele? Ah fuck Einer ist verbrannt Weil ich dumm war Wie viele sind es denn normal gewesen eigentlich? Ja ich hab drei bekommen Fuck weil ich kein Ich dachte mir ich hätt Ah ich dachte mich hätten die ja im Momentar Hab ich nicht geschaut Es ist dir in die Lava gefallen Wir haben hier grad mit Gravel zu kämpfen, ne? Äh jo Also ich hab hier Gravel zu kämpfen Ich hab kein Ähm Keine Kohle mehr Oh lol 8 Sekunden nur noch Ja Ich bin noch hier Also Leute das war auch Ich hab grad mein Holz Ich hab grad mein Holz Ich bin im Craft im Tau Glaubt Egal Leute das war's mit der vierten Folge Von Gyro 2 Ich find Wir haben das eigentlich gut gemacht Auch wenn wir eigentlich am Ende der Folge zu uns vorgehen wollten Jetzt bleiben wir nochmal unter der Erde Gotti hat halt grad gut Dialag Letzte Folge hatte ich gut Dialag Ja gut ja Wir werden jetzt Diaz finden Versuchen Dreiviertel Dia pro Spieler zu machen Am besten wär's Oder halt Half Diamond pro Kopf von uns beiden Und dann Vielleicht feiten wir in der nächste Folge Mal schauen Als nächster jetzt nicht die fünfte Sondern die sechste oder siebte Das wäre auf jeden Fall mein Ziel Wir sind auf jeden Fall in der Top Ten schon mal drin Auf jeden Fall Top Ten von den Teams her Ja Ich hab mal nachguckt Es gibt zwei Solo Wir müssen irgendwie gucken Dass wir zwei Duos Solo machen Dann haben wir auf jeden Fall einen besseren Vorteil für später Ich würde auf jeden Fall sagen Dass wir die nächsten Folgen dann mal Also wenn wir wirklich Dialag Wenn das weitergeht Handeln wir Naja würde ich auch sagen Also das war's dann von unserer Seite aus Schaut bei Grotti vorbei Erster Link in der Videobeschreibung Und dann bis zum nächsten Mal Und ciao Ciao